Willst du mir jetzt? Hier Fräulein, ich mach dir den Ultranock-Punkt und du kommst mir so. Ja toll, danke, das war ein Spiel. Haha. Ne, guck auch ganz. Ja, super. Das Tier ist schön weich. Null. Du bist ein Tier. Nein, du bist Korto. Oh, okay kommt, kommt dem auch, ey, den wirft einer mit Zeug. Ja, der Herrgott. Ich kann so nicht schießen. Oh, jetzt hab ich, äh, das ist ja tolles Problem. Oh, ihr seid so gemein. Häh? Du patsch auf. Schengel. Ich muss hoch und hoch und hoch. Wobei es sich nicht so anfühlt, als wenn es richtig war. Auch wenn der Treffer, äh, ok. Wahrscheinlich gar nicht, leg mir doch mit. Entschuldig. Oh, mein Haar, heil. Noch fünf Meter. Ja. Also hier will ich suchen. Der andere liegt genau unter. Die Nocke, wenn du senkrecht nach unten guckst. Der will scheiß dir die ganze Zeit zu helfen. Das war dein Wettbeige? Ja. Ok. Ich fall auch noch auf die Fresse. Immer mitten in die Fresse rein. Wieso nicht direkt so? Mutausbruch von Herrn Kortho. Das ist ja dein Mitleid, das will man ja am wenigsten. Das ist nicht Mitleid. Da liebt man sich mit der Fresse. Ja. Ha 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 ha. Da ist das so. Meiner ist zu hoch, Valkill. Jo. Ich hab mit meinen Minus einen Dioptrien gesehen, ich muss links davon. Warte. Und dann hab ich mein System korrigiert. Wird bestimmt. Ja, jetzt mal zu gut eins. Aber dafür ist er einfach gefällt. Doch, kill. Naja. Ab geht. Flocken. 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 Nein, das ist nicht ein Flocken. Das ist ein Flocken. Das ist ein Flocken. 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 Ich hoffe mal, dass es anders aussieht wie jetzt. Weil ich sag mal. Ja. So anfangs war ich... Lass es uns. Ich hab sogar einen Film für die Zeit. Ja. Das würde ich mir wünschen. 31. Und es war Sommer. Zweimal und in einem Jahr sagt man den Satz. Flöng. Ich sag. Achso. Also ich wollte eigentlich hier hin. Ich habe mir die Eier geschossen. Ja klar. Wir sind Männer. Wir haben eh ein anderes Problem. Ich hätte auch mit dem Bogen vorher weiter geschossen. Eigentlich meine ich wollte den Samik schon haben. Aber als 30 Fünder. Wenn ich die mal holen würde, weißt du? Mhm. Dann würde ich ganz woanders mit hießen. Dann kommen so Kackgänger. Aber Phil hat recht. Schritt zurück. Klappt das. Nicht auf den Baum achten, sondern auf den Schuss. Nicht den Baum. Jetzt steht ja vorhin quer vorm Ziel. Scheiße. Man muss das Stück runter gehen. Ja, genießen. Hast du schönes Fenster eigentlich. Ja. Du stand vorne eine beim Ein-Kronen, wollte ich gerade sagen. Beim Einschießen. Mhm. Ganz knapp. Ich habe zwar keinen Kill. Wenn Jorike dich abledert. Nee, nee. Dann schiebe ich das auf mein Bambus-Moped. Oh, Schatzi. Ich habe einen anderen Fall touchiert. Ich wollte es gerade sagen. Bist du auch wieder drauf geklatscht. Fuck. Bin ich ja wieder fast dran. Aber es ist mal wieder so, dass ich so viele Kill wie nullen schieße. Das bringt gar nichts, wenn man so viele Kill wie nullen schieße. Das bringt gar nichts, wenn man so viele Kill wie nullen schieße.